Ich sehe nichts. Hey Leute, ich könnte es dir heute zeigen, aber ey, das verpasst du auch. Geil, geil. Hey, die Tür geht wirklich nicht nach. Das ist jetzt Reality TV. Da hinten, schau. Da hinten geht die Tür auf. Echt, wir schauen uns jetzt Reality TV an. Da, schau mal. Da, schau mal. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Schau bei dieser schönen Vollmond nachts. Und da vor der Auto da oben. Und da ist eine schöne Vollmond nachts. Da ist auch... Ah, ja. Da startet jetzt gleich so viel was. Wir müssen viel glauben. Da schau dich nicht feiern, wer so. Weißt du, das war das letzte Mal, wo der Unfall da passiert ist? Das war das letzte Mal. Wann ist denn der passiert? Der Unfall. Hey, ich kann... Das war nur im Sommer. Ah, Zielvisier. Ja, ey, aber... Nein, im Herbst schon. Ja, Mann. Seh, Zielvisier. Da, schau. Alter, nein. Das schlägt dir als wie ein Kunstwatz. Komm, schau zu einem Hubschrauber. Na, geil, Alter. Du siehst du denn besser wie ich. Das ist doch nicht so gut. Okay, dann stimm mal, glaube ich, dein so viel auf YouTube. Hey, hey, du, die Feuerwehr. Na, geil. Äh, 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 äh. Nicht gehö. Ja, du, ja. Wir haben ja wirklich... Ich bin, glaube ich, auch bis man in die Lüftel hat. Jetzt müssen wir sagen, schnell verschwenden. Warum? Da werden nicht zusammengeschissen werden. Ne, haben wir schon nicht. Bitte, dass du ein Denge mit an Stress, die mochst du nicht halten. Schau, jetzt blinzen sie noch. Ist das der Hubschrauber, oder? Ja, das, was blinkt? Ja, das, was blinkt. Ja, das, was blinkt. jetzt wird es auch super ist sein es muss erstens wieder gehen eine letzte Woche bei meiner Oma eine letzte Woche bei meiner Oma ja wo er mal alleine war eine letzte Woche bei meiner Oma war der Autounfall ah ja da unten war doch der letzte also das war doch der letzte bei meiner Oma war er kurz davor mal es ist halt nicht genau bei der Oma ja super jetzt steigt der auch nur aus das ist der Notwort jetzt wird es wieder laut ich habe schon lauter als ich erlebt in San Francisco mit dem Hubschrauber geflogen da haben wir auch ich glaube nur viel weniger da haben wir da geschluckt gib Gas und heb ab aber schalt vor allem die Lichter ein da haben wir nämlich genug weiter du warst ca. 2 mal so laut 5 mal das wird eh auch nicht laut ich glaube ich oder da wo man ähm auf der Airpower ja da war es auch laut auf dem ja da war es auch laut auf dem ja oder die mal schlug mit dem Hubschrauber testen wo es funktioniert nicht dass es abgestürzt es werde gleich fliegen dann wird die Spritglaserkurte ha 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 2cm viel Gas los schlaufen aber das lief von dem nicht weit das wäre nicht top jetzt hätte ich ja 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 jahre ja Und ich glaube, da habe ich ein bisschen an. Tschüssi, tschau und auf wieder schönes Kind machen um dir. Ich weiß es schon. Tschüss. Ganz schön aus, Leute.